Herzlich Willkommen zu KA, dem Podcast, bei dem keine Frage unbeantwortet bleibt, mit euren Hosts Kalle Koschinski und Aria Adams in der heutigen Folge Speed Dating, Mitternacht Snacks und Sharknado. Ich bin da. Ich bin auch da. Bist du da? Ich glaube, wir sind da. Ich bin sowas schon da. Und damit, herzlich Willkommen zu KA, Dekka. Late Night Edition mal wieder. Wir sind ja irgendwie so Nachtschwärmer. Es wird nie vormittags, geschweige denn morgens oder so. Wir schreiben 22 Uhr. Kalle ist müde, ich bin müde. Beste Voraussetzung. Ich bin nicht nur müde, ich bin übermüdet, weil ich gerade mal wieder so ein Experiment starte, meinen Schlafrhythmus auf die Reihe zu kriegen. Ich bin seit exakt 24 Stunden wach, ohne Grund. Aber egal. Wie gut haben diese Experimente bisher funktioniert? Eigentlich sagen ganz viele so, dass man ja immer mal dann so einen Tag durchmachen soll und dann läuft's wieder. Und ich bin original gestern um 22 Uhr aufgewacht, nachdem ich über den halben Tag gepennt hab. Es war irgendwie Amerika into Kranksein, into Urlaub, into was auch immer. Und deswegen ist das komplett verschoben alles gewesen. Und ja, hier bin ich. Und das hilft dann halt auch nicht, wenn man irgendwie morgens nicht raus muss, weißt du? Also das Thema hatten wir jetzt schon oft. Aber da hast du einfach voll ins Klo gegriffen aktuell. Ja, aber ich bin die nächsten Tage unterwegs und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Und ich bin guter Dinge, dass ich danach wie ein funktionierender Mensch, zumindest mit einem funktionierenden Schlafmitteln muss, zurückkehre. Darfst du sagen, wohin es geht? Ist es irgendwas Krasses oder ist es einfach nur... Ich fahre einfach in die Heimat nach Bremen, ein paar Freunde treffen und Fußball gucken. Das war's. Schön. Das kann man machen. Das klingt doch gut. Ja, Mensch. Kalle, was haben wir heute vorbereitet? Wir haben heute vorbereitet, dass wir quasi so eine Art, ja fast schon Speed-Date miteinander haben, werden, tun. Und wir haben mal so Fragen rausgesucht, die man beim ersten Date wohl stellt. Und da gehen wir jetzt rein, basically. Das ist es. Ja, wir hatten so die Idee. Wir haben ja gesagt, wir möchten uns im Laufe dieses Podcasts auch ein bisschen besser kennenlernen. Bestellt. Und anstatt, dass wir heute über Gott und die Welt schnacken, schnacken wir über Gott und die Welt, aber lernen dabei über uns. Ja, also es gibt ja, ich finde das immer ein bisschen cringe eigentlich, es gibt ja diese Listen, die man sich so beim ersten Date dann so an Fragen runterrattert. Und das machen wir heute einfach mal. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt die Fragen schon so ein bisschen vor Augen, das ist wirklich unangenehm teilweise. Also ich habe das noch nie so gehabt, dass man so plump, sag ich jetzt mal, die Fragen runterrattert. Das ist irgendwie mit jeder Person, das ist ja jedes Gespräch irgendwie individuell, also zumindest bei mir. Ich gehe mal bei dir auch davon aus, aber ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Das könnte auch so eine kleine Therapiesitzung heute einfach werden. Vielleicht lernen wir uns auch selbst besser kennen. Dann lass uns doch einfach mal anfangen. Gerne. Und wir können das ja mal so halbwegs abwechselnd machen. Kalle, was ist das Dümmste, was du jemals getan hast? Ein Podcast mit Aria Adams gestartet. Du wieser Wichser. Nö, das Dümmste, was ich je gemacht habe, da ist halt immer die Frage der Definition des Dummseins. Also der Dümme, der Dummheit. Also ich muss sagen, ist das jetzt was gesetzlich Dummes oder ist das was menschlich Dummes? Oder ich weiß es nicht. Ich würde spontan jetzt sagen, irgendwas, was man als moralisch oder gesellschaftlich einfach dämlich abstempeln könnte. Irgendwie, keine Ahnung, in Polizeipräsidium einbrechen. So, weißt du, was einfach ziemlich doof wäre. Ja. Also ich war eigentlich schon so ein kleiner Bad Boy früher, muss ich sagen. Also ich habe schon mal, ich glaube, das Dümmste, was ich je gemacht habe, war tatsächlich Wasserbomben von der Autobahnbrücke schmeißen. Nein, das hast du nicht gemacht. Doch, da war ich irgendwie so acht oder so. Und da hast, ja, da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt meinen Freunden was beweisen, weil irgendwie der Dennis meinte, ja, du traust dich das nicht. Und ich so, doch. Grüße, Generalsein, Dennis. Und heute weiß ich natürlich, dass es wirklich dumm ist, weil da kann ja wirklich alles Mögliche passieren, wenn da die Autos Unfälle bauen. Das kann ja wirklich fatal enden. Aber in dem Moment hat man da null drüber nachgedacht. Und das hat auch tatsächlich keine fünf Minuten gedauert, bis die Polizei bei uns geklingelt hat dann irgendwie. Weil das war natürlich auch die Brücke neben dem Haus, in dem ich gewohnt habe, so nach dem Motto. Und ja, dann haben das wohl Leute dann irgendwie mitbekommen, die Fahrer oder Fahrerinnen auf der Autobahn sofort Polizei gerufen und dann, ja. Ich habe es erstmal den Arsch voll. Ich bin entsetzt. Ja. Ja, okay. Das ist, glaube ich, schon weit oben in der Top Ten der sehr dummen Dinge, die man tun kann. Ich habe ja mal erzählt, dass ich schon als Kind auch eher so ein bisschen so ein Muttersöhnchen war und eigentlich immer wirklich so super brav. Deswegen, ich habe echt nichts Krasses, wo man jetzt so sagen könnte, das war richtig, richtig, richtig dämlich. Ich habe mal als kleiner Junge in der Grundschule, habe ich mal die Schule angemalt, so. Unser Hausmeister hatte irgendwie einen Eimer Farbe, einen Eimer blaue Farbe hatte der stehen lassen und hat die Rolle da drin gelassen. Und ich bin dann da hingewatschelt und habe dann einfach diese Rolle genommen und mit der blauen Farbe über die weiße Schule war ich so drüber gemalt. Ich habe mir da gar nichts bei gedacht oder so, war halt aber rückblickend schon ein bisschen dumm. Aber harmlos. Das war wirklich harmlos im Gegensatz zu dem, was ich getan habe. Aber ich muss sagen, so wie du jetzt auch gerade erzählst, mit dem Muttersöhnchen und so, warst du so eine kleine Snitch? Hast du Leute verpetzt? War ich eine Snitch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nicht unbedingt. Ich war aber auch nie wirklich in diesen Sachen involviert, wo man so wirklich hätte snitchen können. Also ich war halt nie dabei, wenn richtig Scheiße gebaut wurde. Ich glaube, das Maximum, wo ich dabei war, war halt mal so ein Klingelstreich oder so. Also, weiß ich nicht. Ich war halt einfach lahm. Wir haben früher mit der Zwille, haben wir irgendwie Steine auf das Dach von so einem verrückten, also wir dachten, der sei verrückt, haben wir das Dach zugeballert mit Steinen und so. Und dann ist der irgendwann mit so einem Klappfahrrad rausgekommen und hat uns gejagt. Das war auch heftig. Klappfahrrad? Ja. Der ist dann über seinen Zaun gehüpft und hat sein Klappfahrrad ausgepackt. Und dann wollte er uns erstmal irgendwie, ja, keine Ahnung, die Hammelbeine langziehen oder so. Keine Ahnung. Gott, wie lange habe ich diesen Spruch nicht mehr gehört. Ja, wild, hör mal. Ja, ja. Kennst du, jetzt mal eine wichtige Frage für mich, bevor, ich weiß, wir haben hier Fragen, aber ich muss das jetzt kurz hören. Alles gut. Hast du schon mal den Ausdruck Döspaddel gehört? Ja. Okay, gut. Aber du bist auch so ein bisschen nordisch, ne? So leicht, oder? Erkennt man an dem Vollbart, ne? Nee, aber also so, ich bin, ich wohne schon, also im Vergleich zu anderen halt relativ weit nördlich so. Also, ähm, aber generell solche Sachen wie Döspaddel und andere Floskeln benutze ich halt für mein Leben gern. Ja. Also das finde ich, Chefskiss. Ja. Okay, nächste Frage würde ich sagen. Ohne welches Essen könntest du nicht leben? Also aktuell, nee, aktuell müsste ich tatsächlich zwischen zwei Sachen mich entscheiden. Entweder sind es Salami-Sticks, weil ich dazu eine ganz, ganz ungesunde Abhängigkeit entwickelt habe. Oder es wären Chicken Wings. Okay. Ich muss sagen, Chicken Wings waren nie so mein, 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 mein Jam. Irgendwie dieses von den Knochen abkauen und so, keine Ahnung. Das ist geil, liebe ich. Geil. Wie, wie, wie man Bock hat, ne? Aber ich muss sagen, bei mir, es gibt gar nicht so das, wo ich nicht drauf verzichten könnte. Aber es gibt das, was ich immer essen könnte. Weißt du, wie ich meine? Also, wo ich sagen würde, egal welcher Tag ist, egal welche Woche. Egal, wie oft ich das hintereinander jetzt gefressen habe, ich könnte das hier hinterfressen. Das wäre ganz stumpf Döner bei mir, glaube ich. Echt jeden Tag? Ja, so ein Döner hat irgendwie alles. So ein bisschen Salat, Brot, Fleisch, ne? Schön Vitamine auch, ne? Soße. Also, ich finde das schon geil. Und so ein Döner, ja, den kann man sich schon mal in die, in die, in die, an die. Frutterluke. In die Frutterluke, ja. Döner an sich ist super geil. Ich finde, es gibt Döner und es gibt Döner. Ich finde, du kannst bei Döner so viel falsch machen einfach. Das ist ganz verrückt. Also, so ein richtig guter Döner, da lecke ich mir die Finger danach. Und da gibt es so welche, da ist so... Hot Take, Hot Take, auch gerade an die Berliner Zuhörenden. Berliner Döner, absoluter Schmutz, meiner Meinung nach. Danke. Übelst, übelst, also overrated as fuck, Digga. Also, ich komme hier nach Berlin. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich hergezogen bin, ich habe mir einen Döner geholt. Und die hatten nicht mal die Soße, die ich brauchte. Das hat nicht so geschmeckt, wie ich wollte. Das Brot war komisch. Also, ich war einfach nur entsetzt und bin bis heute einfach nicht zufrieden. Das kann ich so unterschreiben. Also, jedes Mal, wenn ich in Berlin Döner gegessen habe, ne, Dorfdöner, das ist es. Döner vom Dorf. Wenn auch mit Liebe gemacht wird. Und ein bisschen Achselhaare oder so, was mit reinfällt. Scheißegal. Was uns zur nächsten Frage bringt. Ja, welches Essen würdest du niemals essen? Nicht mal für eine Million Euro. Aber reden wir von Essen oder reden wir von Dingen, die man essen kann? Das ist eine gute Frage. Also, Essen ist ja eigentlich schon kategorisiert als Lebensmittel, würde ich jetzt sagen. Aber wenn du mir jetzt auf den Teller kackst und das als Essen verkaufst, dann würde ich sagen, nee. Weißt du, wie ich meine? Oh, das lief für eine Mille. Boah, Alter, nee, für deine Kurzstulle würde ich mir nicht reinprügeln. Boah. Boah. Oh, schön in die Biotonne, in die Kurzstulle. Nee, weiß ich nicht. Also, nee, wenn wir von Essen, Essen reden. Deswegen, ich glaube, mir fällt jetzt kein per se Lebensmittel ein, was ich niemals essen würde. Aber so Delikatessen würden mir schon schwerfallen teilweise, wie zum Beispiel geröstete Spinnen oder irgendwie so Känguruhoden oder so eine Scheiße. Ey, für eine Mille easy. Ja. Ich habe schon ekligere Sachen für weniger an den Mund genommen. Ich glaube, ich würde, ich glaube, ja, okay. Also, wenn ich es wüsste, dass da ein Hund vor mir gebraten liegt, ich glaube, das könnte ich nicht. Ich glaube, das könnte ich wirklich nicht. Aber eine Million Euro. Mille sind im Mille. 20 Vivax sind 20 Vivax. So, und mit ein bisschen schönen, na, hier, Paprika edelsüß drüber, dann geht das schon. Das rettet alles. Alles. Ich glaube, okay, ich glaube, wenn wir jetzt nicht von so einer immensen Summe Geld sprechen würden, ich glaube, einfach, sagen wir mal, Dinge, die wir nicht snacken würden. Ich würde sowas wie kutteln, könnte ich, glaube ich, ums Verrecken nicht runterkriegen. Was ist das? Das ist das Innere von einem Magen. Wie? Ich glaube, von einem Kuhmagen, wenn ich mich irre. Wäre ich so was? Das ist eine Delikatesse in manchen Kulturen. Manchmal habe ich das Gefühl, das sieht auch noch so richtig räudig aus. Das hat so eine poröse, löchrige Textur. Also, Grüße gehen raus. Das kommt direkt aus der Hölle. Manchmal habe ich das Gefühl, Menschen suchen krankhaft nach Dingen, die man sich in den Mund stecken kann. Ich wette, solche Essen haben angefangen als Mutprobe. So, ey, 10 Euro, wenn du das isst. Ja, okay. Ey, Maschallah, schmeckt gar nicht so scheiße. Ja, lass mal regelmäßig nehmen. Ja, ich glaube, so war das. Okay. Okay, nächste Frage. Was war dein erstes Auto? Das ist relativ einfach, weil ich gerade erst bei meinem zweiten Auto bin. Mein erstes war ein roter Seat Ibiza. Das ist irgendwie so ein Standard-Anfangsauto. Entweder haben die Leute ein Ibiza oder ein Polo. Das ist immer so das, was ich höre. Bei uns ist Golf noch sehr vertreten als Anfängerauto. Ja, ich hatte nie ein eigenes Auto gekauft, aber ich hatte mal so einen Leasingwagen, jeweils für ein, zwei Jahre. Und das erste, was ich da hatte, war tatsächlich ein Opel, ja, irgendwie sowas Kombimäßiges, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und danach hatte ich schon hier BMW X1 auf Lok. Also man hat sich ja sonst nichts gegönnt. Aber ja, Autos bedeuten mir halt nichts und ich habe auch kein Auto mehr. Also ich bin halt aufs Auto angewiesen hier bei mir, aber ich fahre auch gerne Auto, muss ich dazu sagen, leider. Also es ist so, ja, gerade so längere Strecken über Autobahnen und so, richtig gut, einfach so ganz entspannt, ein bisschen rumcruisen. So in der Großstadt, ums Verrecken will ich da nicht Autofahren, gerade in Berlin, nee, auf gar keinen Fall. Da kickt Anxiety viel zu sehr rein, als dass ich mich da wohlfühlen könnte so. Aber, ja, keine Ahnung, fahren tue ich aber gerne. Ja, same. Ja, bei meinem ersten Auto war halt das Problem, dass es einfach direkt kaputt war und dann musste es ausgetauscht werden. Und dann hatte ich quasi ein Ersatzfahrzeug, was ein anderes war. Und dann wurde mir das neue geliefert und das war auch direkt kaputt. Also ich hatte nur Stress mit meinem ersten Auto sozusagen. Und das waren immer Neuwagen, aber irgendwie Opel, don't do it, so nach dem Motto, keine Ahnung. Okay, krass. Ja. Ha, wird Zeit für ein Rebranding. Opel, don't do it. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich mit 17 Jahren, wo meine Mutter mich verprügelt hat. Das war wahrscheinlich der krasseste Moment, der sehr prägsam war. Und tatsächlich das Jobangebot hier in Spandau. Das sind so die beiden Momente, wo ich sagen würde, die haben am meisten für mich und in meinem Leben verändert, sodass sich ganz viel gedreht und weiterentwickelt hat, schlagartig. Krasse Kontraste. Als sehr, sehr negativ behaftet, das andere ja voll geil. Ja. Aber aus beiden habe ich sehr viel Positives ziehen können. Also sowohl aus der negativen Erfahrung, weil ich dann weiß, was ich nicht mehr brauche und wie die Dinge nicht laufen würden. Also ich bin ja auch dementsprechend dann in diese Pflegefamilie gekommen, wo ich dann dieses Harmonische auch kennengelernt habe zum ersten Mal, das familiäre und dass man, wenn man sich streitet, nicht unbedingt immer laut schreien muss und Türen knallen und Sachen schmeißen, sondern dass man auch miteinander reden kann und so. Also dementsprechend darüber habe ich schon das Positive gezogen und das ist dann auch für mich dann die Veränderung. So, natürlich, man hat mit seiner Mutter nichts mehr zu tun und so und das ist auch blöd, aber hatte ja irgendwie alles einen Hintergrund und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ein fettes Stück Scheiße. So. Ich habe gerade überlegt, ob ich was Gemeines sage und dachte so, nee, komm, das ist so ein empfindsamer Moment jetzt gerade. Alles klar, gut. Tja, was wäre das bei mir? Ja, oh Gott, das klingt jetzt richtig dumm, wenn ich das so ausdrücke, aber ahnt sich mal im Fernsehen. Aber ich glaube, man kann sich den Kontext schon denken, das ist halt einfach so das Happening gewesen, was mir meinen Job heute ermöglicht hat. Deswegen hat das mein Leben halt einfach am nachhaltigsten verändert, so die Teilnahme bei dieser Sendung damals. Und ich glaube, das ist halt fair zu sagen, glaube ich. Ja. Auf die nächste Frage bin ich sehr gespannt, Kalle, und ich kann mir die Antwort schon fast denken. Wurdest du schon mal verhaftet? Ja, sag mal. Du musst antworten. Ich nicht, nein. Doch, wegen sexy, oder? Hör doch auf, Kalle. Ich wurde wegen großem Penis verhaftet, was? Warte mal, warte mal, warte mal, halt, stopp. Ähm, ja, nächste Frage. Wir müssen da eigentlich ins Detail gehen. Ich wurde schon mal, ich wurde schon mal verhaftet, ähm, ich war auch schon mal in einer Zelle mit Handschellen und so und den ganzen Tag eingesperrt, aber aus meiner Sicht aus einem sehr guten Grund. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie was geklaut habe oder weil ich irgendwie, ja gut, ich habe schon jemandem Schaden zugefügt, aber es war halt wirklich ein bekannter Nazi und dem habe ich halt eine reingehauen. Und dann war aber vor Ort, die Polizei ist schon sehr schnell zu Gange, das war nämlich beim Fußball und, äh, die haben mehr oder weniger gesehen, wie ich da auf ihn eingehauen habe und, naja, dann lag ich auch ganz schnell mit Kabelbindern auf dem Boden und, äh, ja, habe den Rest des Tages dann in so einer Ausnüchterungszelle verbracht. Ah, Alkohol und so weiter, ja, ja. Ich war nicht mal mit, also ich habe nichts getrunken, aber du musst, du kommst halt automatisch hin. Also das heißt dann einfach so Ausnüchterungszelle mäßig. Ah, alles klar. Das heißt so eine Tageszelle, wenn du so willst, also es ist halt quasi so, ja, okay. So ein Polizeihostel. I see. Ich, ich befinde mich jetzt in einem Gewissenskonflikt, äh, wo ich zwei Standpunkte vertrete, zu denen ich jetzt Dinge sagen könnte. Deswegen sage ich jetzt einfach gar nichts. Okay. Also ich muss sagen, ich stehe, äh, heute nicht mehr dazu, gewalttätig geworden zu sein. Das ist nämlich der Punkt, aber auf der anderen Seite, wenn man so bedenkt, so, wer, was abbekommen hat. Ja. Also das, also ich mag halt Nazis gar nicht, so. Nee, offensichtlich. Ähm, und damals war das halt so ein Modus, ich war da halt mit, ja, bestimmten Leuten unterwegs und die haben das dann in mir, äh, erweckt quasi und gefördert, dass ich so denke oder dass ich da auch quasi keine Hemmung habe an der Stelle. Aber ich muss auch sagen, es gab so ein Instant Regret. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann da weggegangen bin und mega stolz darauf war. Ich bin dann irgendwie abends auch irgendwie mega ermüdend, also ermüdet ins Bett gefallen und hab da so mega lange noch drüber nachgedacht und hab gemerkt so, okay, das muss mir bitte nicht nochmal passieren. Also, äh, da hab ich auf jeden Fall schnell eine Lehre daraus gezogen und da ist jetzt auch nichts im Nachhinein passiert, ich bin jetzt nicht irgendwie vorbestraft oder so, also hab da auf jeden Fall Glück gehabt an der Stelle. Ja, ich denke, safe to say, Gewalt immer scheiße, weil wir wollen es ja besser machen als die Vollidioten, so, weißt du. Ähm. Naja, aber ich dachte, ich antworte jetzt hier wenigstens ehrlich, weißt du, wie ich meine? Ja, nee, alles, alles gut, aber, weißt du, wenn ich jetzt halt so sage, ja, mein Gott, wenn's der abgekriegt hat, hätte es schlimmer kommen können, so, weißt du, kommt halt nach außen trotzdem blöd rüber, ich denke, es wissen alle, wie ich's meine, so. Nächste Frage. Wie, wer, war, ganz komisch formuliert, wie oder wer war dein erster Freund, deine erste Freundin? Also, wer, sag ich jetzt natürlich nicht, also. Wie war deine erste Freundin? So. Ja. Die war ganz nett. Nächste Frage. Nee, also, am Ende des Tages, also, die erste Freundin, die ich wirklich als Freundin bezeichnen würde, wo ich jetzt auch sagen würde, da hat ein bisschen was hintergesteckt, ähm, mit der hab ich heute noch Kontakt, äh, tatsächlich, und mit der versteh ich mich und das ist alles cool, ist mittlerweile kurz davor zu heiraten, hat ein Kind und alles und das ist alles supi, ähm, aber ich hatte ja schon, ich war ja schon Casanova im Kindergarten. Ja, also. Das glaub ich. Also, da hatte ich da schon die Miriam zum Beispiel, ne, aber. Die Miri. Die Miri war dabei, ne, und dann, äh, hier, äh, von der, ne, die beste Freundin, von der wir ja letztens da mal erzählt hatten hier, äh, in der Schule, ne, also alles durch die Bank, knicknack, knicknack, so, wie ist es bei dir? Ähm, mein erster Freund, ich erinnere mich noch an, äh, an Namen und alles andere, ähm, ja, ich weiß nicht, es war im Nachhinein betrachtet war es ja so die erste, ich will's nicht mal richtig Beziehung nennen, weil ich glaub so, das, was du dann irgendwie mit 15, 16 oder so dann erfährst, sind in wenigen Fällen so richtig Beziehung, Beziehung, es war halt irgendwie so eine komische Teenie-Daterei, I guess. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie lang das ging, es wird maximal ein halbes Jahr gewesen sein, wenn überhaupt, ähm, ja, und es war halt rückblickend betrachtet super awkward und er war auch ein sehr, sehr komischer Typ, so ganz im Nachhinein betrachtet, hat sehr, äh, komische, verhaltensauffällige Dinge an den Tag gelegt, ganz oft, war so ein bisschen sehr speziell, aber klein Milo war da natürlich total schockverliebt und dachte, siehst du, ja, nein, ist alles voll okay und irgendwann war's dann halt doch zu komisch. Verstehe. Ja. Na gut. Ja, aber ey, wir lernen ja aus allem so, ne? Ja, ey, also wer, also ich kenne so ein paar Leute, deren erste Partner, Partnerin sind heute noch deren erste, also die sind immer noch zusammen so, aber das sind halt so drei, vier Leute, so die ich jemals kennengelernt habe, wo ich weiß, die sind halt schon immer zusammen und ich würde jetzt mal behaupten, die erste Beziehung, wie man es auch nennen möchte, geht eh den Bach runter, so irgendwie, also das hält ja nicht. Oft ja. Ja, ne? Aber toi, toi, toi. Meine Ausnahme bestätigen die Regeln, oder? Genau. Toi, toi, toi an alle, bei denen es geklappt hat, bei mir nicht, also weiter im Text. Ähm, wann hattest du deinen ersten Kuss, dein erstes Mal? Mein ersten Kuss, oh, das müsste irgendwie so achte Klasse Klassenfahrt gewesen sein, witzigerweise mit einem Mädchen namens Mylin. Also Milo und Mylin haben sich geküsst, ja, also das war erstmal, ne? War das schon mal? War das mit Zungenschlag, oder? Ja, mit Zungenschlag, ey, wie räudig will man es denn formulieren? Herrgott. Äh, nee, das war nur so ein Teenager-Schmatzer, so, weißt du? Mmh, okay. Ja, so ein kleiner, und das haben auch irgendwie fünf Leute zugeguckt, also es war halt so typisches Teenager-Gehabe. Ein bisschen, ja. Ähm, und mein erstes Mal, ich weiß, dass meine Mutter diesen Podcast hört, deswegen weiß ich nicht, wie viel ich jetzt gerade hier erzählen möchte. Meine übrigens auch. Ja. Es war sehr früh, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Früh genug. Gut, ja, reicht uns als Information. Ich meine, jetzt wo du das Ding mit der Mutter erwähnt hast, meine Mutter hat mir witzigerweise nach der letzten Folge direkt eine Sprachnachricht geschickt, dass sie sich ja sehr gefreut hat, dass ich sie als mobbende, äh, putzsüchtige bezeichnen würde. Äh. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Also sie hatte auf jeden Fall Spaß. Ähm, mein erster Kuss war, ähm, mehr oder weniger inszeniert, weil ich, ähm, mich schon immer mit Mädels besser verstanden habe als mit Jungs, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht. Also ich habe auch natürlich männliche Freunde und so, aber irgendwie war ich immer so, ja, immer, ich habe immer mit den Mädels so ein bisschen so abgecheckt, wie die Lage ist und so und wollte immer wissen, was so Phase ist. Und wenn man sich dann mal nachmittags getroffen hat, irgendwie war ich dann auch ganz oft bei so Mädels zu Hause und dann waren da, aber also die Mädels haben sich getroffen und ich war einfach dabei. Und irgendwann kam dann so das Thema Küssen auf und ob ich denn schon mal jemanden geküsst hätte und ich so, nö. Und dann saßen da halt so drei Mädels mit mir auf dem Sofa und haben mir nacheinander gezeigt, wie man küsst. Nein. Und Kalle so, choose your character. Na, easy, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Die eine weiße noch, hatte übelsten Mundgeruch, aber mein Gott, ne. Oh Gott. Mundgeruch ist ja der schlimmste Abturn aller Zeiten, ne. Ja, safe, safe. Das finde ich auch richtig scheiße. Ja. Also das muss auf gar keinen Fall sein, so Mundgeruch kann ich überhaupt nicht leiden. Ich war mal auf so einem abendlichen Happening und da waren halt viele attraktive Menschen unterwegs und da war einer, den fand ich besonders attraktiv und wir haben uns so ein bisschen beäugt die ganze Zeit und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und ich dachte so, ja ey, nice. Also offensichtlich ist da so ein sehr flirty Vibe und ey, geil, du pullst den hier gerade. Ey, mega. Und dann habe ich aber gemerkt, dass der den Mundgeruch des Todes hatte und dann war instant alles in mir tot. Alles, was hätte irgendwie erhärten können, erhärten können, ist in dem Moment erschlafft und dann war es vorbei und dann habe ich diese Unterhaltung so schnell wie möglich mit irgendeinem Vorwand beendet, so. Also das... Sagst du da nicht einfach, yo, hier, Pfefferminz, Digga. Nee, das reicht nicht. Nee? Also schon, dann möchte ich die Person auch auf gar keinen Fall mehr küssen und so weiter. Also das ist so, nee, bin ich raus. Kannst du drei Pfefferminz gefressen haben, so. Ja, erstes Mal hatte ich mit 15. Ja. War, also... Kalle war halt Player schon immer so, ne? Also... Oh, naja. Ich weiß, dass mit 14, als ich 14 war, so ein Mädel unbedingt mit mir schlafen wollte. Ich armer Kerl. Und ich da überhaupt nicht drauf klarkam. Also ich kam nur gar nicht drauf klar. Ich fand das so weird, dass sie auf einmal sagt, ey, hier, lass mal nackig machen. Und ich so, ey, bist du sicher? Was warst du mit dir? Ja, ich war halt übelst grün unter den Ohren, ne? Ich hatte gar keinen Plan, wie das funktioniert. Natürlich habe ich schon mal einen Film gesehen. Grüße geht raus an Gina Wild, ne? Die hat mir damals schon auf die Sprünge geholfen. Aber ansonsten muss ich sagen, gar keinen Plan gehabt, wie der Lachs löppt. Also wirklich nicht. Ja, ich meine, irgendwie... Das ist ja so ganz absurd. Irgendwie weiß man ja immer, wie das funktioniert. Weil man ist ja irgendwie... Irgendwann ist man ja doch auf die eine oder andere Art und Weise aufgeklärt. Aber wenn man es dann zum ersten Mal in die Tat umsetzen soll, ist es dann doch irgendwie komisch. So, weißt du? Ja, und auch aufregend. Also ich war immer so einer, der übelst aufgeregt war und dachte so, oh mein Gott, und was ist, und wenn ich jetzt hier und da und alles falsch bin, dann klappt es eh nicht. Ja, true. True. Aber jetzt sind wir Profis, ja. Jetzt wird hier Bumst, genau. Was ist für dich die beste Art, sich zu entspannen? Ähm, tatsächlich habe ich da schon mal drüber nachgedacht und habe dann angefangen, sehr massiv Drogen zu konsumieren. Nein, also ich... Nee, tatsächlich ist es bei mir sehr simpel. Und zwar entweder Musik machen, machen tatsächlich, hören oder zocken. Also diese drei Möglichkeiten gibt es. Zocken ist sehr weit oben, ist auch so die simpelste Variante, weil manchmal muss man für Musik auch die richtige Mut haben. Also vor allem fürs Musizieren selbst. Aber manchmal weiß ich auch nicht, welche Muck ich gerade cool finde und was ich gerade hören will oder so. Aber ich habe zum Beispiel just gestern ein Feature aufgenommen, wo ich von der Band angefragt wurde und es hat mir mega was gegeben. Das war auch wieder so mega entspannt und ich habe mich da so richtig so ein bisschen in so einen Wolf getextet, habe so ein bisschen geschrieben. Und das, also Entspannung bedeutet für mich auch, alles andere so ein bisschen zu vergessen. Und da bin ich halt voll Fokus nur darauf und es macht halt nur Spaß und es ist gar nicht anstrengend und deswegen ist das cool. Fühle ich, fühle ich absolut. Finde ich geil. Bei mir ist es, ein wichtiger Faktor muss erfüllt sein. Ich muss meine To-Do-Liste abgearbeitet haben, um mich zu entspannen. Und damit meine ich so Sachen wie, meinem Steuerberater zu schreiben, beziehungsweise geantwortet zu haben und meine Steuerunterlagen auf Reihe zu haben. Das ist das schlimmste Thema der Welt für mich. Das wird meine ewige Nemesis bleiben. Das stresst mich jeden Monat ganz dolle. Das muss erledigt sein und auch sonst nix irgendwie, was gemacht werden muss. Und dann einfach nur ausschlafen können, ohne dass mir irgendwer auf den Sack geht. Zocken, dass der Arzt kommt. Ja, was Geiles zu essen reinschaufeln. Mehr will ich nicht. Und dann bin ich der tiefenentspannteste und glücklichste Mensch der Welt. Bist du auch so jemand, der mal so gerne das Handy einfach so einen Tag weglegt? Komplett. Also wirklich mit Absicht so? Komplett. Also ich hasse nichts mehr als mein Smartphone und WhatsApp und so weiter und so fort. Ey, was meinst du, wie oft ich Leute ghoste? Ich habe jetzt gerade, wenn ich hier links rüber gucke, WhatsApp Web ist immer offen, habe ich locker acht, neun ungelesene Nachrichten seit Dienstag oder so. Also da habe ich so übelst den Monk. Ich kann das gar nicht. Also für mich ist das immer so voller Betrug, wenn ich die Nachrichten nicht lese und die Leute dann, also weißt du, ich stelle mir vor, die Leute sitzen da so. Aha, er ist online. Wieso liest er meine Nachrichten? Das macht auch keiner, glaube ich. Aber irgendwie, vielleicht bin ich auch einfach nur so. Ich bin auch so einer, ich hasse das, wenn ich so diese blauen Haken sehe und da kommt nichts. Also wenn da nicht sofort was kommt, bin ich entspannt. Aber ich gucke dann so nach zwei Stunden und denke mir so, Digga, du hast es gelesen. Warum schreibst du nicht, du Bastard? So, weißt du? Das kann ja so viele Gründe haben. Ja, aber dann so wenigstens, ey, ich melde mich später. Das geht ja wohl. Kommt drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade am Streamen bin oder so und mir schreiben drei Leute, dann schreibe ich nicht jedem hier so, ey, ich melde mich später. Dann ignoriere ich das. Dann liest du es ja auch nicht. Naja, also ich sehe, ich überfliege viele Nachrichten von denen, die ich bekomme. Und es gibt welche, da bin ich der Meinung, die brauchen eine Antwort. Und dann gibt es welche, da bin ich der Meinung, die brauchen jetzt nicht unbedingt eine Antwort. Vieles geht aber auch einfach sehr schnell unter, muss man dazu sagen. Ja. Kein Witz, du bekommst eine Nachricht, sagst, okay, die beantworte ich später, habe ich noch nicht gelesen, guckst zwei Stunden später aufs Handy und es kamen sieben neue Nachrichten rein und dann ist die andere weg, die siehst du noch nie wieder. Und das passiert wirklich, wirklich oft. Aber ich muss dazu sagen, ich weigere mich hinzunehmen, dass Leute von mir erwarten, ich sei 24 Stunden am Tag erreichbar. Das ist für mich ein modernes Konstrukt, gegen das ich mich komplett sträube. Das gab es früher auch nicht und das muss es meiner Meinung nach auch heute nicht geben. Das ist einer der größten Punkte, die dafür sorgen, dass Menschen unentspannt sind, meiner Meinung nach. Deswegen, wenn es was Wichtiges ist, ruft mich an. Ich rufe in 99 Prozent der Fälle zurück und alles andere, wenn es keine absolute Dringlichkeit hat, hat für mich auch keine Priorität. Ich muss sagen, ich finde Anrufe ganz schrecklich. Also da bin ich überhaupt kein Fan von. Wenn Leute mich anrufen, dann manchmal gucke ich so mein Handy an und sehe so, aha, Meilo ruft an. Wann legt Meilo endlich auf? Wann hört Meilo auf, mich anzurufen? Ich habe das zum Beispiel mit einem Musikproduzenten, mit dem ich zusammenarbeite, der ruft mich manchmal an, um mir ein Update zu geben und will unbedingt, also der ruft dann so zwei, dreimal an und ich denke mir immer so, nee, jetzt nicht. Ich melde mich dann oder ich schreibe dann auch immer so zehn Minuten später, ey du, telefonieren finde ich kacke. So und deswegen, also keine Ahnung, ist bei mir irgendwie ein bisschen weird. Ich gehe ja auch nicht an die Tür, wenn jemand, also wenn jemand unangekündigt klingelt, dann gehe ich auch nicht an die Tür. Mittlerweile habe ich halt, ich glaube wir haben da schon mal drüber geredet, oder? Irgendwie klingelt da was von mir. Ich glaube wir haben das schon mal, wir haben das schon mal erwähnt, glaube ich. Ja, weil, also ich habe hier mittlerweile so eine Kamera, wenn jemand klingelt, dann sehe ich auf jeden Fall unten, wenn da jemand steht und dann überlege ich mir, ob ich Bock auf die Hackfresse habe oder nicht. Aber eigentlich weiß ich immer, wenn jemand kommt, ob ich jetzt was bestelle oder ob ein Kumpel vorbeikommt oder so, weiß ich eigentlich immer und wenn ich das nicht weiß, dann kommt auch keiner rein. So, das ist ein bisschen mein Motto. Das finde ich so gut, ey. Ja, aber ich fühle es, ich fühle es. Es gibt viele Dinge da, wenn man soziale Interaktionen auch so ein bisschen vermeiden. Ja. So, ich lese einfach mal die nächste vor. Ja. Hattest du jemals einen One-Night-Stand? Und die Frage finde ich ein bisschen lustig. Warum? Ey, ich kann dir schon nicht mehr zählen, so viele One-Night-Stands. Also, ich muss sagen, ich hatte das schon, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das häufig passiert. Es bleibt halt nicht bei One-Night, es bleibt bei Mehr-Night. Weißt du, ich glaube halt, dass das tatsächlich einer der Punkte ist, wo schwules Dating ganz, ganz anders ist. Und ich weiß, wir denken nicht gerne in Klischees oder so, aber das ist halt einfach wirklich so. Weil da meiner Meinung nach, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, es treffen zwei Männer aufeinander und Männer sind schwanzgesteuert. Ja. Und das macht es halt einfach viel einfacher, irgendwo sexuellen Kontakt zu etablieren. Und ich glaube einfach, dass das auf jeden Fall so ein Ding ist, so in der schwulen Szene, dass da einfach Sex eine ganz andere Bedeutung hat, wesentlich oberflächlicher und belangloser ist. Und ich hatte halt auch gerade irgendwie mit 2021 so eine Phase oder vielleicht auch 19, 20, ich weiß nicht mehr genau wie, wo man halt einfach auf gut Deutsch gesagt so ein bisschen rumgehurt hat. Und da war das halt, ja. Aber so eine Phase hatte ich auch, aber heute habe ich das halt nicht mehr so. Ja ne, heute bin ich da jetzt auch ein bisschen sesshafter, aber das gab es halt und da hat sich halt viel angehäuft so auf meinem Zahlenkonto. Aber jetzt bin ich schon, weißt du, weißt du, wie hoch dein Bodycount ist? Ne. Also, der ist, mehr als 20? Ja, safe. Mehr als 30? Weiß ich nicht. Also, kann gut sein. Kann gut sein. Honestly, keine Ahnung. Aber ich schwöre, ich bin mittlerweile, es ist Besserung eingetreten. Ich finde Sex immer noch wunderschön, aber ich brauche da jetzt nicht mehr die Fluktuation. Ich setze mittlerweile auf Quantität. Nee, gar nicht auf Quantität. Ich hab's ein bisschen gehofft, dass du es verkackst. Ich hab's ein bisschen gehofft. Qualität, ich meine Qualität. Ja, schön. Ja, gut, weiter geht's. Sparst du lieber Geld oder gibst du es schnell aus? Ich glaube, ich bin ganz gut im Sparen eigentlich. Also, ich bin jetzt niemand, der irgendwie jeden Pfennig fuchst oder so. Und ich sag auch mal, ey, ich gönne mir jetzt einfach mal was. Das passiert aber nicht oft. Und ich habe immer mehr Geld auf der hohen Kante, als dass ich's ausgeben würde. Ja. Aber war das schon immer so? Das hat sich, erst seit ich selbstständig bin, etabliert tatsächlich. Ja. Ja, das finde ich bei mir ähnlich. Also, ich muss sagen, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich weiß nicht mal, wie viel Geld ich hab. Also, ich hab so ein bisschen was. Guck mich an, ich bin Kalle, ich bin zu reich. Nein, 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 nein. Oh, mein Konto platzt fast. Nee, na schön wär's, ne. Aber, also, ich muss sagen, mir bedeutet Geld halt nicht so viel. Und es ist, ich bin, ich bin leider so ein bisschen faul und habe seit, glaube ich, vier Jahren kein Online-Banking. Das heißt, ich renne immer zur Bank und hole mir Kontoauszüge und so ein Scheiß. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, du hast seit vier Jahren nicht auf deiner Konto geguckt und war gerade so was. Nein, 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 nein. Also, ich weiß schon, alle paar Monate weiß ich schon, wie viel Knete ich hab. Das steht dann ja dann da drauf, da auf dem Zettel. Aber stresst dich das nicht? Doch, es stresst mich übelst, aber irgendwie bin ich nicht in der Lage, das zu ändern gerade. Also, es gibt halt immer Wichtigeres irgendwie. Und jetzt werde ich wahrscheinlich, hoffentlich, es demnächst schaffen, die Bank mal zu wechseln, weil ich bin auch bei einer übelsten Ranzbank und will da unbedingt weg. Und will unbedingt auf eine Online-Bank umsteigen. Darf ich dir eine empfehlen? Gerne doch. Die Volkswagen-Bank. Ist jetzt tatsächlich kein, also, es ist jetzt nicht, weil ich aus Wolfsburg komme, aber die Volkswagen-Bank hat ein sehr geiles Online-Banking-System. Da bin ich aber ein großer Fan von. Kannst du jetzt mitmachen, was du willst mit der Info? Aber ich wollte das einfach mal loswerden. Grüße gehen raus. Das bitte sponsert uns. Vielen Dank und Dank. Aber ansonsten, ja, ich bin jemand, der, wenn ich was haben will, dann hole ich mir das. Also, mittlerweile bin ich an diesem Punkt, wo ich einfach sage, ey, das will ich jetzt, das kaufe ich jetzt, dann habe ich das, dann bin ich glücklich. Und klappt auch so, dass ich dann trotzdem noch was zur Seite legen kann. Das ist gut. Ich finde, man muss immer Reserven haben und gerade, wenn es um Selbstständigkeit und Steuern geht, Leute, legt euch immer eure 50 Prozent von den Einnahmen zurück für Steuern und so einen Scheiß. Aber gleichzeitig bin ich auch der Meinung, der Sarg hat kein Regal und man muss das Leben auch genießen dürfen. Und deswegen muss man sich auch mal schöne Sachen gönnen, wenn man Lust drauf hat. G steht für gönnen, arme Narkoi. So. Ja. Das G in Kalle steht für gönnen. Aber für welche Hobbys gibst du denn gerne Geld aus, lieber Milo? Ich bin froh, dass du fragst. Also, momentan ist es halt wirklich Magic the Gathering. Ja. Das ist momentan, glaube ich, die Nummer eins, wo ich Geld für ausgebe, wenn ich es ausgebe. Ansonsten, Drag zähle ich mittlerweile nicht mehr als Hobby, deswegen, das ist immer Geschäftsausgabe. Ja, es ist, mittlerweile ist es Magic the Gathering tatsächlich. Ja. Also, es war bei mir auch eine Zeit lang so, aber aktuell habe ich gar nicht so dieses, dafür gebe ich Geld aus Ding. Ich habe jetzt irgendwie gerade, irgendwie total Bock, mal so richtig wieder Klamotten zu shoppen. Also, das habe ich sehr lange nicht gemacht, das würde ich gerne mal wieder tun. Aber das ist ja kein Hobby. Genau, das ist halt so das Ding. Ansonsten, ja, ich kaufe mir halt trotzdem noch recht regelmäßig neue Games. Also, ich kriege natürlich auch immer viel in den Arsch gesteckt, aber ich kaufe mir auch Spiele. Oh, Bottom-Color. Ja, ja. Stimmt, das hatten wir letztens erst. Ja. Ja, nee, nee, wenn ich mich so umsehe, sind es tatsächlich Computerspiele. Würdest du so das Wrestling so als Hobby bezeichnen, wenn du so dir Merch davon kaufst und so? Ja, aber es kommt sehr selten vor. Okay. Ja, gut, aber PC-Spiele und so finde ich legitim, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist auch Beruf bei uns, aber trotzdem. Ja. Ja, finde ich gut, finde ich gut. So, jetzt kommt eine sehr interessante Frage. Willst du Kinder? Nein. Nein. Nächste Frage. Nee, also, sorry to say, klingt jetzt härter, als es gemeint ist. Oh, ich finde Kinder scheiße. Also, nee, nee, sorry. Aber ich glaube, da spricht auch der Egoist aus mir. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Freiheiten aufzugeben für ein Kind. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde Elternfreunden nie nachempfinden können. Ist bei mir ein ähnlicher Punkt. Mich versuchen meine Papa-Kumpels immer so ein bisschen, ach guck mal, Kalle, wärst auch so ein geiler Vater bestimmt und so und hier. Ja, aber ich sehe dann auch wieder, dass die nie Zeit haben und dass die dann irgendwie voll gestresst sind, weil wer passt auf das Kind auf? Die Mutti will gern mal wieder raus, dann muss man sich absprechen und so. Und dann gehe ich dann lieber mit dem Hund raus. So, das ist dann so. Ja. Aber ich gönne das jedem. Ich gönne das jeder Person, die das enjoyed und die da sich drin fühlt, wiedererkennt. Aber ich habe auch quasi den Kompromiss, wenn ich jetzt hier my Germany's next top-colored Frau sozusagen finde. Alter, was auch das jetzt wieder für ein kaputter Satz war. Egal, scheiß drauf. Der war super. Ähm, long story short, wenn ich eine Frau kennenlerne, die toll ist und die hat ein Kind, dann hat die das halt. So, und dann muss ich ja irgendwie mitmachen. Also, wenn ich wirklich dann so weit gehe und sage, die ist es, dann würde ich jetzt wegen des Kindes nicht sagen, nee. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich jemanden kennenlernen würde und dann würde mir sagen, oh, ich habe ein Kind, dann wäre das für mich ein Ausschlusskriterium, da was Ernsthaftes draus zu machen, bin ich ganz ehrlich. Verstehe ich voll. Ich könnte es nicht. Über 30. Ich lerne sehr viele Mütter kennen. Es ist einfach so. Ja, okay. Also, ich lerne oft Mütter kennen. Die Frauen, die ich kennenlernen oder wo man mal ins Gespräch kommt, ich sehe es auch nicht so, dass ich hier die ganze Zeit am Swipen bin, sondern wo man da mal ins Gespräch kommt. Also, ganz oft stellt sich dann schnell heraus, ich habe ein Kind oder mehrere. Und dann muss ich halt irgendwann mal überlegen, okay, gehe ich jetzt auf die Suche und suche mir entweder wieder eine jüngere Frau, die dann halt noch keine Kinder hat. Solange du nicht den Leonardo DiCaprio machst. Nee, nee, nee. Also, ich glaube, da bin ich auch gar nicht so der Typ für, dass ich mir jetzt so ein ultra junges Ding anlache, sage ich jetzt mal. Ja, aber, also auch aus Erfahrungswerten heraus, sage ich immer, ja, so ein bisschen Reife sollte da schon da sein, ne, auch so im Geiste. Und die ist natürlich mit irgendwie Anfang 20 noch nicht so krass wie Ende 20, so würde ich jetzt behaupten. Aber ja. Ist wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Ja, fühle ich, fühle ich. Hund oder Katze? Das ist bei mir ja immer das Meme mit der Katze. Ich habe jetzt nichts gegen Katzen, aber ich finde Hunde deutlich interessanter, weil du dich irgendwie besser mit Hunden, oder in meiner Wahrnehmung besser mit Hunden beschäftigen kannst. Und irgendwie das Zusammenleben irgendwie mehr enjoyst, als so eine Katze, die den ganzen Tag Arschloch ist und Sachen runterschmeißt und ja, nur kuschelt, wenn sie Bock hat. Ich meine, ist natürlich ihr gutes Recht, aber nicht mit mir. Ich bin halt allergisch gegen Katzen. Ich auch gegen Katzen speichle, ja. Ne, ja, das ist dann schon mal irgendwie so raus und Hunde sind halt einfach so, da gab es so einen richtigen Boomer-Spruch, so, was sich Katzen denken. Ne, andersrum. Was sich Hunde denken. Oh mein Gott, sie füttern mich, sie streicheln mich, sie müssen Götter sein. Was sich Katzen denken. Oh mein Gott, sie füttern mich, sie streicheln mich, ich muss ein Gott sein. Gut, weiter geht's. Hast du schon einmal Drogen genommen? Ich habe mal einmal gekifft, danach wurde mir schwindelig und schlecht und dann habe ich es gelassen. Und dann habe ich nie wieder Drogen genommen. Okay. Ja. Kalle. Antwort ist ja, nicht nur gekifft. Ja. Aber, ich bin nicht überrascht bei deiner wilden Vergangenheit. Ich habe aber noch nie eine Spritze benutzt. Das ist, das ist gut, das wäre auch sehr hart. Ja. Das wäre auch sehr, sehr hart. Es ist auch tatsächlich, oh, locker elf Jahre her. Das ist noch besser. Ja. Es gibt ja so Leute, die irgendwie so sagen, ja, ich will alles mal ausprobieren. Da denke ich mir so, muss sie nicht unbedingt. Ich habe aber auch sehr früh sehr viele abschreckende Beispiele immer von meinen Eltern gehört. Mein Vater hatte früher ganz viele Freunde, die an Drogenkonsum tatsächlich sehr früh verstorben sind. Und das war von Anfang an für mich immer so ein super abschreckendes Thema, dass ich auch schon immer zu viel Schiss hätte, überhaupt was auszuprobieren, selbst wenn ich es gewollt hätte. So, weißt du? Ich wäre ein viel zu großer Schisser, jemals irgendwas zu konsumieren. Und gerade, wenn du irgendwie in Nachtclubs und so unterwegs bist und so oder auch an Filmsets und so weiter und so fort, was meinst du, wie da Koks über die Theke geht? Und das war schon dutzende Male genau vor meiner Nase quasi in Anführungszeichen so, hier willst du auch? Immer nein gesagt, immer standhaft gelegt. Und wenn alle anderen sich da was reingeballert haben, immer gesagt, auf gar keinen Fall. Also da, ich klopfe mir gerade auf die Schulter, aber ja, also auf gar keinen Fall. Never ever. Lieblings Mitternachtssnack? Oh, Lieblings Mitternachtssnack. Das kommt honestly darauf an, was gerade so da ist. Ich weiß nicht, ob das meine selbst auferlegte Zuckersucht ist, aber manchmal wache ich so nachts auf. Also ich wache eigentlich nie nachts auf, weil ich irgendwas will, sondern höchstens, weil ich aufs Klo muss. Und wenn ich dann einmal aufs Klo gegangen bin, denke ich mir so, oh, jetzt könntest du aber auch nochmal so kurz zum Kühlschrank oder so. Und dann ist es meistens irgendwelche Leftovers so vom Vortag. Seien es kalte Chicken Wings, die gerade noch da sind oder ein Stück Kuchen, was zufällig im Kühlschrank rumfliegt. Also eigentlich alles, was in dem Moment so geil und fettig ist. Ja, ja. Nee, sehe ich genauso. Also vor allem, wenn ich weiß, da ist noch was vom Gekochten übrig, dann wird dann nochmal die Gabel genutzt. Dann geht die Futterluke. Was meinst du, wie viele Wochen wird es dauern, bis wir damit aufhören? Oh, weiß ich nicht. Bis das nächste dumme Ding kommt, denke ich mal. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Okay, von ungesunden Mitternachtssnacks direkt zum viel gesünderen Thema. Trainierst du und wenn ja, was? Haha, der war gut. Also Sport jetzt nicht. Ich trainiere Botlane. Ja, ich trainiere meinen Schlafrhythmus gerade, aber das klappt nicht so gut. Nee, würde ich jetzt so erstmal so skippen. Also per Definition trainiere ich jetzt nichts. Nicht so wirklich bewusst. Also ich meine, ich gehe ein paar Mal im Jahr ins Fitnessstudio und habe auch für dieses Jahr natürlich wieder mir vorgenommen, ja, jetzt gehst du regelmäßiger. Und ich werde bestimmt innerhalb der nächsten Wochen mich mal ins Fitnessstudio bewegen, aber wie erfolgreich das wird, das dem wird dann. Verstimmt. Okay, jetzt kommt so eine, achso, nee, ich habe das gerade ganz falsch gelesen. Kalle, bitte, nächste Frage. Was ist das verrückteste, seltsamste und nervigste an dir? Ich glaube, das werden außenstehende Leute wesentlich besser beurteilen können als man selbst, oder? Ja, aber wenn du es selber kannst, ist das eigentlich nicht schlecht. Also ich behaupte, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich seltsam. Ich hätte jetzt eher so eine Schwäche aufgezählt. Ich hätte jetzt meine Empathielosigkeit aufgezählt. Meine, also ich glaube, ich habe bestimmt einen Charakter, den manche Leute einfach per se als nervig einstufen würden. Ich glaube, ich bin jetzt niemand, der mit jedem kompatibel wäre, weil ich bestimmt manchmal ein relativ, ich will nicht laut sagen, aber ich bin manchmal dann doch ein extrovertierter Mensch mit einem sehr einnehmenden Charakter. Und ich glaube, dass das viele Leute als nervig interpretieren könnten. Also ich muss sagen, ich finde, also gut, jetzt habe ich jetzt nicht jeden Tag mit dir zu tun und noch nicht so lange, aber ich finde ich irgendwie, also ich finde Leute schnell nervig. Und ich finde dich auf jeden Fall nicht nervig. Oh, Kalle. Ich wünschte, ich könnte das zurückgeben. Oh, wow. Ja gut, dann gehe ich mich jetzt einfach verbuddeln. Ja, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, aber schon geht es in eine ähnliche Richtung. Ich glaube manchmal, dass ich ein bisschen hartnäckig mit meinen Argumenten bin und dass ich, ja, sehr direkt bin und dass das nicht jeder auf die Reihe kriegt. Und ich habe auch ganz oft so leichte Launen, die dann in so eine Null-Bock-Einstellung gehen und dann bin ich so ein bisschen trotzig, glaube ich. Und das ist, glaube ich, anstrengend an mir. Verstehe. Jetzt, wo du, jetzt, wo du gerade so erzählt hast, habe ich nochmal ganz kurz irgendwie einen Geistesblitz gehabt. Ich glaube, dass es Leute gibt, die mich vielleicht, die es vielleicht nervt, dass man mich ab und zu mal doppelt an etwas erinnern muss. Also ich glaube, Vergesslichkeit könnte eine meiner Schwächen sein, so. Das könnte eine meiner nervigsten Eigenschaften sein, ja. Aber das passiert auch nur bei Dingen, die nicht per se wichtig oder dringlich sind. Also das passiert mir nicht in einem Job-Kontext, wenn es irgendwie um Kooperation oder sonst was geht, da vergesse ich nichts. Ähm, sondern mehr so um Kleinigkeiten. Wenn mich jemand um irgendwas bittet oder so, das vergesse ich dann mal schnell. Sowas. Ja, verstehe. Ja. Was kommt auf deine Pizza? Salami, Schinken, Pilze. Okay. Das ist so eine tiefgehende Frage. Krass. Kalle, was kommt denn auf deine Pizza? Aber das ist auch einfach Speziale, oder? Ja, das ist Speziale, ja. Ja, bei mir auf jeden Fall auch Pilze und viel Käse. Ja. Und, äh, ich war früher so ein richtiges Thunfisch-Pizza-Opfer, ne? Also früher hab ich mir bei jeder Gelegenheit so eine Flipper-Pizza reingehauen. Eine, Entschuldigung, wie bitte, eine was? Eine Flipper-Pizza. Also, meine Oma hat immer gesagt, oh, hast du wieder Flipper auf deiner Pizza? Weil sie immer denkt, dass die Delfine da drauf kommen. Eine Flipper-Pizza, ist das süß. Ja, also das war früher so, deswegen mittlerweile halt, ja, vor allem Fungi. Pizza-Fungi. Ja, aber Pilze sind doch einfach anders geil. Ich verstehe Leute nicht, die keine Pilze mögen. Ja, Max zum Beispiel, der fängt an zu kotzen, wenn er einen Pilz im Mund hat. Ich denke mir so, hä? Echt? Ja, also er ist total eigen, ganz komischer Mensch. Hä? Krass. Er fehlt. Ja. Aber, dass das so, also, dass Leute keine Pilze mögen, aber dass man dann so, hä? Ah. Ja. Ja, nicht jeder kann Geschmack haben. Das stimmt. Lass uns doch, äh, lass uns doch hier mal, äh, so, äh, hier, ähm, diese, äh, die Bier, Wein, Kaffee-Frage beantworten hier. Ja. Äh, alles. Ja, kurz und schmerzlos. Also, ich trinke eigentlich so gut wie keinen Alkohol, ähm, wenn, dann mal ein Sekt oder so eigentlich, ähm, Wein, wenn dann nur Weißen und Kaffee trinke ich, ja, ich trinke Kaffee. Ja, also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr noch nicht einmal Alkohol getrunken, nur an Silvester, halt zu Neujahr und seitdem trinke ich irgendwie nicht, aber ich habe ja schon erwähnt, ich bin jetzt dieses Wochenende in der Heimat und, äh, ja, das, also da wird sich komplett die Muttersprache abgewöhnt, das weiß ich jetzt schon. Da wird sich richtig die Festplatte gelöscht. So, da wird sich schön einer in die Rüstung geröhmert und, äh, sich achtarmisch einem reingeorgeln, verstehst du? Mit der Haar. Mit der Haar. Ne, also, äh, so schlimm ist es eigentlich nicht mehr bei mir, also früher war ich echt eine richtige Schnapstrossel, mittlerweile ist das sehr gezielt und punktuell, aber dann ordentlich. Ja, mein Gott, selten, aber dolle, meinst du? Richtig. Ja, gut, ey, hier, ne, bist du alt genug, weißt du ja selber, was du machst. Richtig, richtig. Kalle, Berge oder Strand? Ja. Ja, ich finde es gar nicht so einfach zu antworten, weil ich finde beides ziemlich interessant, aber so Strand ist so, wenn du jetzt an so einen Strand denkst, dann denkst du vielleicht an Wasser und Sand und ich denke an ganz viele Leute, auf die ich keinen Bock habe. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das ist halt so mein Problem und in den Bergen, da will eigentlich niemand hin, außer jetzt vielleicht irgendwie in den Alpen zum Skifahren oder so, aber wenn ich jetzt so wirklich von Bergeberge rede, so Wandermäßig, technisch oder so, dann ist das irgendwie, dann bist du auf deiner eigenen Journey irgendwie. Ist natürlich anstrengender, aber, ja, deswegen finde ich, glaube ich, Berge auch beeindrucksvoller irgendwie, also wenn ich so einen Berg sehe, so in der Ferne, denke mir so, boah, voll der Berg. Ja. Ja, und so ein Strand. Ja, ist das so. Und so ein Strand ist halt einfach nur. Ich sehe einen Berg und denke mir, oh, voll der Berg. Oh, boah. Kommt halt raus aus dem Boden. Oh, raus aus dem Boden. Oh, boah. Kannst du die Spitze sehen. Oh, boah. Rein in die Landschaft. Oh, boah. Rauf in die Hügel. Ja. Stopp. Ja, und bei dir? Äh, ich finde Berge wesentlich eindrucksvoller. Ich bitte, ach, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt um Gottes Willen in Worte fassen soll. Ich finde, je eindrucksvoll, also wenn eine Landschaft eindrucksvoll aussieht, so krasse Hügel, riesige Berge, zerkluffte Schluchten und alles, das macht was mit mir. Je unwirklicher das aussieht, je krasser, je weniger mein kleiner, verkümmerter, menschlicher Verstand das fassen kann, was da passiert an Landschaft, desto geiler finde ich das. Ich habe irgendwie ein unstillbares Verlangen nach dystopischen, nicht real aussehenden Landschaften in mir. Das fände ich so geil. Wenn ich so Bilder sehe von so Fantasy-Landschaften, wo so, keine Ahnung, was so zukunftsmäßig aussieht, was niemals real sein wird, das macht was mit mir, das ist so ein, da verzerrt sich mein Geist nach. Das klingt gerade total absurd und als hätte ich ein Radlocker, aber ich finde das geil. Ich finde das so geil. Wenn ich, also, könnte ich einen Wunsch äußern, dann, ey, beam mich in so eine Welt, wo alles total krass aussieht, so. Also, okay, ich halte die Klappe, es ist sehr komisch, wie ich das so äußere, aber ja, ich finde das toll. Ich finde das voll in Ordnung. Für mich hat es sich, also eher Berge dann. Ja, Berge. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich Single bin. Ja, du, okay. Nächste Frage. Ja. Lieblingsfilm aller Zeiten. Casino, Goodfellas und Scarface. The Dressmaker. Kenne ich nicht. Schwierig zu beschreiben, der Film. Wenn ich jetzt wieder was versuche zu erklären, werde ich wieder ausgelacht, deswegen lass es an der Stelle. Ich lache dich doch nicht aus, jetzt sei doch nicht so zickig hier. Mein Gott. Ja, ich bin halt übelster Crime-Fan, Mafiosi und so. Ja. Ja, okay, fühle ich. Ja. Schlechterer Film, den, was, schlecht ist der Film wahrscheinlich, den du jemals gesehen hast? Oh, die Palette ist lang. Es gibt sehr viele schlechte Filme. Da würde mir, also sage ich jetzt ganz ehrlich, da fällt mir kein einer ein, den ich nennen könnte. Es gibt sehr viele schlechte Filme. Sharknado. Ja, aber der ist ja, der ist ja bewusst scheiße. Ja, aber der ist trotzdem scheiße, scheiße. Ja. Aber das ist ein Film, den du machst da an, nur um dann irgendwie zu bumsen. Also, um dann irgendwie... Wer bumst denn zu Sharknado? Hä, da wird doch übelst rein Sharknado, oder nicht? Das irgendwie kommt mir das auch gerade bekannt vor. Hatten wir das Thema auch schon mal? Hast du mir das schon mal erzählt? Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ein Kumpel von mir immer Sharknado mit seinen Besuch geguckt hat und dann ging die Tür irgendwann zu. Und die haben mehrmals Sharknado geguckt. Ich werde jetzt nur noch Leute zum Sharknado gucken einladen. Ja. Aber ich war auf jeden Fall schon sehr häufig von Filmen enttäuscht, das weiß ich. Und wo ich dann dachte, boah, was für eine Scheiße, warum habe ich mir das jetzt angeguckt? Das hatte ich schon ganz oft. Aber ich könnte es jetzt auch irgendwie nicht betiteln. Ja, ist schwierig. Dafür prägen sich die dann nicht genug ein, so, ne? Ja. Ja. Erstes Konzert, bei dem du je warst? Oh, ich war noch nie bei einem Konzert. Ja, ich weiß. Ich war noch nie bei einem Konzert. What? Hey, das ist so, als würdest du sagen, ich war noch nie bei Netto. Doch, bei Netto war ich schon. Ja, erste Reihe. Kasse eins. Ja, Kasse. Kein Interesse? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich finde diese Erfahrung zwischen ganz vielen fremden, schreienden, schwitzigen Menschen zu stehen, finde ich schrecklich. So von der Vorstellung her. Das törnt mich sehr stark ab, bin ich ehrlich. Aber es gibt ja auch Konzerte, wo einfach ein Pianist oder eine Pianistin da sitzt und ein bisschen klimpert und du hast einen schicken Anzug an und sitzt quasi im Sessel. Zählt das als Konzert für dich? Ja, also nee, für mich nicht, aber das würde offiziell für die Position funktionieren. Dann war ich mal bei einem Konzert, wo John Williams Filmmusik live von einem Orchester gespielt wurde. Ja, sowas finde ich zum Beispiel mega geil. So Filmmusik und so, übel nice. Ja. Aber mein bestes Konzert war tatsächlich The Eminem Show 2005 in Hamburg mit Eminem, obviously und seinem ganzen Gefolge. Also ich war ja damals übel zu Intuit, Snoop Dogg, Dr. Dre, Exhibit, G-Unit, 50 Cent oder wie sie alle heißen, da waren alle da. Sagt dir nix, ne, aber Kenner und KennerInnen da draußen werden wissen, wovon ich spreche. Digga, jeden Namen, den du gerade genannt hast, kannte ich. Ja, aber du tust so, als wäre das so voll normal, dass man die mal live sieht. Nein, das nicht, das ist schon was Besonderes. So, dann acknowledge me, please. Ich acknowledge dich so. Ich acknowledge dich jetzt hier. Wo wir gerade bei Konzerten sind, hast du mitbekommen, dass es jetzt Tickets für Adele zu kaufen gibt? Ja, aber juck, keinen. Okay, dann erzähl ich jetzt nicht was weiter hier. Ja, doch bitte. Okay, ich wollte nur sagen, dass die anscheinend exorbitant teuer sind. So teuer, dass sich die ein Durchschnittsmensch schon quasi nicht mehr leisten kann anscheinend. So war das, glaube ich, jetzt auch bei Taylor Swift, die war ja auch irgendwie auf Europatour oder so letztes Jahr und da ging es so ähnlich ab. Wild. Aber ja, aber ich glaube, die verkaufen die Halle wahrscheinlich trotzdem aus am Ende des Tages, ne? Wunderbar, ja. Ja, oh mein Gott. Kalle. Ja. Wenn du alles tun könntest, was du wolltest, was würdest du tun? Das ist so eine Scheißfrage. Schon. Was soll ich darauf antworten? Sagen wir, okay, lass uns die Frage umformulieren. Wenn du eine Sache ohne Konsequenzen tun könntest, einmalig, was würdest du tun? Eine Bank ausrauben. Same. Also ich muss sagen, Geld bedeutet mir an sich halt nichts, aber ich würde einmal so gerne richtig viel Knete haben und dann war es das. Du hast nie wieder Probleme. Sorry, wer sagt, Geld löst keine Probleme, der läuft doch am Leben vorbei. Ich habe kein Problem, welches ich nicht durch Geld lösen könnte, bin ich ganz ehrlich. Ja, das würde ich nicht sagen, aber so, ne, gerade dieses, ja, man kann halt machen, was man will und so, das finde ich halt schon sehr, sehr wichtig. Also, wenn ich jetzt will, dass du mich unbedingt magst, na gut, vielleicht könnte ich dich kaufen, das könnte natürlich sein. Ich bin sowas von Kalle, aber sowas von, ich könnte dein bester Freund sein, Kalle. Ja, aber dass man so wahre Liebe erfährt, ich glaube, das kann man nicht kaufen. Aber Kalle, ich mag dich auch umsonst. Oh, das war sehr erotisch, wie du das gesagt hast. Ich bin auch extra ganz nah an dein Ohr rangegangen. Und auch an das Ohr der Zuhörer. Die Quote geht nach oben gerade, das sag ich, ja. Gut, ähm. Nicht nur die Quote geht nach oben. Boah, da geht einiges nach oben gerade. Boah, auf der Reißverschluss. So, das ist ja eigentlich schon wieder los. So, wir ziehen das jetzt noch durch, wir sind schon fast fertig, aber wir ziehen es eben durch. Ja. Welche Superkräfte hättest du gerne? Ich würde gerne fliegen können. Viele Leute sagen immer, nee, ich will mich teleportieren können, das ist viel schneller. Aber die unterschätzen beim Fliegen, das muss doch die geilste Erfahrung sein, so frei fliegen zu können, wie so ein scheiß Vogel. Das ist doch das Highlight, was man irgendwie an Lebensfreude erfahren kann, oder nicht? Stell dir das mal vor, du fliegst wie so ein Torpedo durch den Grand Canyon. So, miau. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, habe ich dir gesagt, du musst aber auch definieren, wie schnell du fliegen kannst. Weil wenn du so ganz langsam fliegst, wie so eine Schnecke, dann bringt dir das auch nichts. Ja, einfach so geil schnell. Okay. So wie Hancock. Kennst du den? Ja. Ja. Oder wie... Ja, ja, Cock. Ja. Ja, wieder klar. Mein Gott, ey, du Schwann. Ja, das heißt Cock. Ja, also so schnell, dass es geil ist, aber nicht so schnell, als dass ich daran krepieren würde. Weil man muss ja irgendwie immer die Physik im Hinterkopf behalten. So, wenn du zu hoch fliegst, erfrierst du, erfrierst du und kriegst keine Luft mehr und dann irgendwie zu schnell und so weiter, dann erfrierst du auch und der Druck und alles für den Arsch. Dann kannst du ja was anziehen. Dann kannst du ja was anziehen, so einen Anzug. Weil du kriegst ja auch, wenn du jetzt so ein Nackedei irgendwie oder ohne Schutzbrille oder so, hast du auch die ganzen Mücken in der Fresse. Und die ganzen fliegen, kriegst du alles ins Gesicht und den ganzen Wind. Ja, dann müsstest du wahrscheinlich mit Helm fliegen immer auch, ne? So. Wie The Great Sire Man. Kennst du auch wieder nicht, oder? Ja, doch, natürlich. Ich kenn, natürlich kenn ich das. Kalle. Also, bitte. Aber ja, ich find's toll, dass wir imaginäre Verkehrsregeln fürs potenzielle menschliche Fliegen einführen und wir uns sehr detailliert da beschäftigen. Das ist, bringt viel. Ich hab mir tatsächlich als Kind immer vorgestellt, mich in einen Super Saiyajan verwandeln zu können und einfach. Ja. Als Allround-Paket, sag ich jetzt mal. Ja, ich hab gerade ein paar Buchstaben verschluckt, sag ich gar nicht. Also, als Allround-Paket. Allround-Paket. Ja, ich bin eigentlich schon lange wach. Aber, ne, Super Saiyajan, super stark, super geil, super blond. Ja. Das find ich cool. Ja. Fühl ich. Also, Dragon Ball, größte Kindheitsidole damals. Alle so. Und ein bisschen hot auch. Ich hab auch mal versucht, als ich so ein Jugendlicher war, hab ich immer versucht, mich zu verwandeln. Also, dann stand ich manchmal so und hab mich angestrengt und so. Und ist nichts passiert. Aber, naja. Die Haare wurden nicht blond. Die Hose wurden nur braun. Gut, weiter. Nächste Frage. Mama, es ist schon wieder passiert. Mama, Schüssel. Mama, Schüssel. Welchen Sinn würdest, nee, Entschuldigung, ich hab eine Frage übersprungen. Netflix und Chill oder Disco und Party? Party, Party, Disco, Disco. Ist das deine Antwort oder ist das nur ein Witz? Nee, ist das ein Song? Ähm. Ist tatsächlich einfach andersrum. Nee, Disco, Disco, Party, Party. Andersrum. Echt? Party, Party, Disco, Disco. Ja, I say Disco, you say Party. Disco, Disco. Party, Party. So. Nee, ich kenn das andersrum. Also, in meinem Kopf ist es andersrum. Aber egal. Ähm. Nee, ich bin aber tatsächlich mittlerweile eher Typ Netflix und Chill. Ja. Also, absolut. Same. Absolut. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Ist viel entspannter. Ich bin zu alt zum Feiern. Ist so. Also, ab und zu mal einen auf den Putz hauen, finde ich gut. Aber sehr selten. Sehr, sehr selten. So. Welchen Sinn würdest du am ehesten aufgeben? Hören, sehen, schmecken, tasten oder riechen? Das ist eine crazy Frage. Also, dann, also ich meine, ich glaube, man kann seinen Geschmacks- oder Geruchssinn nicht unabhängig voneinander abgeben. Also, wüsste ich jetzt nicht, ob das machbar wäre. Aber wenn man die Nase zu hat, dann schmeckt man ja auch nichts mehr. Also, ich glaube, wenn man nichts mehr riecht, schmeckt man auch nicht, oder? Weiß ich nicht. Aber wenn, dann aufs Riechen, wenn ich dann noch schmecken kann. Weil, das ist mir egal. Ich muss nicht riechen, wie was schmeckt. So, weißt du? Das heißt, ich muss, ja, du weißt, was ich meine. Kevin Westphal kann oder konnte eine Zeit lang nicht riechen, aber schmecken. Also, ich glaube, dass das nicht hundertprozentig zusammenhängt, aber, also, dass das eine das andere nicht ausschließt. Aber ich glaube, es ist eine harte Symbiose zwischen den beiden. Also, Geruch, ja, würde ich am ehesten darauf verzichten. Ich glaube, ich auch. Ich hätte, glaube ich, übelst Panik sogar, würde ich jetzt auf einmal mein Gehör oder meine Sehkraft verlieren. Das ist eine meiner aller, allergrößten und auch irrationalsten Ängste, dass ich irgendwann mal erblinde. Das ist, da habe ich eine wirklich, kann ich dir nicht beschreiben, warum. Habe ich so eine krasse Angst vor, mein Leben wäre vorbei, sage ich dir. Also, ist kein Witz. Ich wäre, boah, das wäre ganz schlimm. Ja. Da würde ich jetzt gar nicht zu doll ins Detail gehen, aber dann wäre, dann wäre vorbei, du. Also, puh. Jo, zwei Fragen haben wir noch. Ja. Tattoos oder Piercings? Tattoos. Ja. Ich hatte mal zwei Piercings und wenn du jetzt errätst, wo, dann kriegst du bei deinem nächsten Stream eine Zehner-Subbomb. Wenn ich errate, wo. Ich wette davon, eine Stelle ist mega normal und eine Stelle nicht. Also normal im Sinne von, ja, jetzt nicht irgendwie an der Eichel oder so. Moment, lass uns die Konditionen festlegen. Müssen beide Stellen richtig sein oder reicht es, wenn eine Stelle richtig ist, damit du gewinnst? Das darfst du entscheiden. Na komm, sag deine Antwort, dann sag ich schon, ob du was gefunden hast. Also, aber Piercing ist jetzt nicht ein Ohrloch, ne? Nur damit, was mal... Nee, Ohrringe habe ich. Das zählt nicht. Okay. Ich glaube, du hast mal... Warte mal, gucke ich mal an. Wir sehen uns ja hier. Ja, ich sehe jetzt in deiner Lippe kein Loch. Das heißt, ein Lippenpiercing hattest du nicht. Und ich glaube, du hast mir auch mal erzählt, so für die Augenbraue bist du auch nicht so der Typ. Ich würde sogar schon behaupten, Nippel... Okay, keine Reaktion, scheiße. Die finale Antwort, wir loggen ein, oder? Nippel und Nase. Nippel und Nase, beides falsch. Scheiße, Digga. Ich hatte Snakebites. Wirklich? Ja. Und wenn ich jetzt ganz nah rangehen würde, würdest du hier auch noch die zwei kleinen Narben sehen, tatsächlich. Ich dachte eher so ein Ring, so weißt du, so einen ganz normalen Ring, so und dann... Also... Das hätte ich ja reinmachen können. Wenn es hier gestochen ist, hättest du ja auch so einen Ring reinmachen können. Das ist ja dann Wurst so. Aber ja, ich hatte Snakebites tatsächlich. Und die beiden zählen jetzt, oder was? Das sind jetzt zwei. Das sind ja zwei Piercings. Ich hatte nur zwei Piercings, habe ich gesagt. Oh ja, okay. Ich wurde gescammt. Gar nicht wahr. So, jetzt kriege ich 50, sagst du. Okay, aber gut, übertreib. Ich finde Tattoos richtig nice. Aber in gewissem Maße auch Piercings. Aber es kommt wirklich auf die Stelle an. Also ich mag das nicht, wenn das so zugetaggert ist alles. Aber so Nasen... Ich habe jetzt letztens überlegt, mir Nasenpiercing stechen zu lassen. Weil ich da übelst Bock drauf habe, tatsächlich. Und so Septum finde ich eigentlich auch ganz schick. Aber nicht bei mir, sondern bei anderen. Aber ich glaube, ein Septum fände ich ganz cool bei dir, honestly. Ja, ich glaube auch, dass mir das stehen könnte. Aber ich fühle es selber nicht so, weißt du? Also ich habe den Gedanken, fühle ich es selber nicht. Und Zungenpiercing liebe ich. Also nicht... Bei dir selber oder bei anderen? Vor allem bei Frauen. Okay. Ja, finde ich sehr sexy. Und Bauchnabel. Jetzt oder? Ja, natürlich. Aber ich finde, das sieht auch cool aus. Also ich finde, das ist auch optisch. Ein Hingucker. Ja. Und Bauchnabel. Bauchnabel-Piercing. Okay, alles klar. I see. Ja. Ah. Ja, ich weiß nicht. Septum wäre bei mir halt auch gar keine Option. Weil meine Nase ist so lang. Das würde halt einfach hier vorne hängen. Und das sähe halt so scheiße aus, wenn das nicht direkt hier am Dingens so dran ist, weißt du? Was ich halt ein bisschen, also was ich persönlich einfach nicht so schön finde, ist, wenn hier irgendwie in der Wange so ein Piercing ist. Oder... Weil dann diese Grübchen da durch uns stehen, so, weißt du? Ja, ja. Das ist auch nicht meins. Ey, wenn ihr happy seid, gönnt euch. Aber ich finde es halt einfach nicht so geil. Ja, same. Gut. Komm, hau die letzte Frage aus. Das finde ich eine ganz, ganz ätzende Klischeefrage. Dein peinlichster Moment. Das ist auch ein... Im Prinzip ist es Frage eins. Was ist das Dümmste, was du jemals getan hast? Na, nicht ganz, aber sehr ähnlich. Also bei mir sind es tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Ich kann das auch ganz schnell abschließen, weil ich habe da schon ein Video drüber gemacht. Ich habe... Ich war letztes... Nee, vorletztes Jahr war ich mit Electric Callboy auf Tournee. Und bin mit dem Nightliner gefahren. Und da durfte man nicht in den Nightliner stuhlen und habe dann in eine Tüte gekackt. Und ja, das war unangenehm, weil ich nicht aus diesem Bus rauskam und hatte dann auf einmal ein Kilo Scheiß in der Hand. So, nächste Frage. Ah nee, du musst noch beantworten. Äh. Also ich habe noch nie in einen Nightliner gekackt. Ja, ich auch nicht, aber in eine Tüte. Was ist mein peinlichster Moment? Nein, das ist eine sehr, sehr gute Frage, honestly. Mir sind viele Dinge im Nachgang ein bisschen peinlich. Ich glaube, es geht ja um den Moment, wo es auch in dem Moment einfach unangenehm war, oder? Wo man sich so ein bisschen geschämt hat auch vielleicht. Das ist eine echt gute Frage. Ich will jetzt nicht irgendwie so Basic-Sachen nehmen wie, ja, ich habe mal irgendwo einen Witz gemacht und keiner hat gelacht. Das war peinlich. So, I don't know. Ich glaube, retrospektiv betrachtet, mein peinlichster Moment ist, da bin ich mal bei einem, äh, bei einer Veranstaltung aufgetreten, da war, das war zu Anfang meiner Drag-Zeit. Und wenn ich heute an diese Auftritte denke, holy shit, die müssen so schlecht gewesen sein. Also, das Publikum muss mich ja so grausam gefunden haben. Und wenn ich daran denke, das ist mir dann richtig peinlich. Verstehe ich. Moment, warum? Nein. Nee, ich verstehe, also ich kann das nachempfinden, weil auch meine ersten Auftritte in meinem Beruf, da würde ich das heute nicht mehr so machen. Ja, also wenn ich daran denke, dann kriege ich richtig ekelherpes, so meine ersten Auftritte. Und auch heute noch manche Auftritte, so generell. Also, ja, einfach nicht mehr auftreten, Ende. Gut, damit sind wir durch. Wir haben ein bisschen überzogen mal wieder. Ja, ein bisschen überzogen, überschmogen, da freuen sich die Leute doch, das ist in Ordnung. Ja. Ich habe nochmal den Appell an die lieben Leute da draußen. Wir, also ich, Milo vor allem, wird hoffentlich nochmal so ein, ähm, so ein Ereignistool, gerade auf Spotify, einrichten. Da könnt ihr, während ihr die Folge seht, könnt ihr eigentlich bei fast jeder Folge, die wir bisher rausgebracht haben, eigentlich immer eine, immer eine Frage beantworten. Oder irgendwie was einsenden oder sonstiges. Schaut da gerne immer mal rein. Schaut vielleicht nochmal auch in den vorherigen Folgen rein. Äh, ein bisschen Interaktion fördert natürlich auch den Algorithm. Und immer noch gerne fleißig auf allen Plattformen bitte, ähm, schön bewerten. Ja, da würden wir uns riesig drüber freuen. Wir, also ich kann auf jeden Fall von mir sprechen, hab mega Spaß an diesem Podcast-Projekt. Aber wir freuen uns natürlich immer auf neue Ohren, äh, die dazu stößen, äh, stößen, ja, stoßen, äh, deswegen, äh, stoßen, äh, deswegen, äh, deswegen, äh, ja, haut da gerne mal für uns ein bisschen in die Tassen. Macht nochmal ein bisschen Werbung auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis für unseren lecker Podcast hier. Danke. So, nämlich, wir können ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einführen, wer uns in der Story teilt, kriegt eine Belohnung oder sowas. Vielleicht, vielleicht baiten wir die Leute in Zukunft einfach. Ich biete ja immer meine Kniescheibe als Nacktfoto an, äh, würde ich auch hier in dem Fall machen, also. Vielleicht sollten wir ja erotische, ein erotisches Fußfotoshooting machen. Hm, lecker. Ja. Und damit. Tschüss. Sagen wir tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Füße sind auch einfach gottlos. Aber ey, wenn's euch schmeckt. Tschüss. 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 Tschüss.